Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen YouTube Video auf meinem Kanal KreativTobi und in diesem Video möchte ich einfach mal Danke sagen, das Jahr 2021 Revue passieren lassen und euch erzählen, was alles passiert ist und was wir zusammen als Community geschafft haben. 2021 haben wir es durchgezogen, mindestens alle zwei Wochen ein YouTube Video hochzuladen und das haben wir es so weitestgehend auch ganz gut geschafft. Es kann sein, dass mal ein paar Ausreißer dabei gewesen sind, aber das möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall ausbauen und wöchentlich für euch YouTube Videos hochladen. Das nächste, was passiert ist und zwar das Team vom Bayerischen Fernsehen hat mich per E-Mail angeschrieben und mich zu ihrer Sendung Lohnt sich das eingeladen. Das Ganze wurde dann auf YouTube hochgeladen und hat auch glaube ich schon über 500.000 Aufrufe auf dem Kanal Lohnt sich das und es wurde ebenso im Fernsehen ausgestrahlt auf dem Sender BR. War richtig cool, hat mich sehr gefreut, war ein sehr höfliches und professionelles Kamerateam dahinter und einfach nochmal Danke an euch, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Mein YouTube Kanal wurde dadurch auch schon ein wenig gepusht. Ich habe ca. 1000 bis 2000 Abonnenten dazu bekommen durch das Format. Des Weiteren standen noch viele Interviews in verschiedenen Malerzeitschriften statt und zwar das Malerblatt war erst vor kurzem zu Besuch bei mir. Ich glaube im Oktober oder November war das. Da haben wir die Tapete an der Fassade hingemacht. Und ich habe heute noch Unterstützung vom Malerblatt-Team da. Die begleiten mich ein bisschen bei dem Videodreh und machen ein kleines Interview. Und die Larissa ist heute da und die hilft uns dann auch jetzt beim Tapezieren. Dann war ich mal in der Mappe drinnen als kleines Interview, wobei ich da überhaupt kein Interview gegeben habe. Ich glaube die haben sich das aus den Videos irgendwie heraus zusammengeschnippelt. Und dann war ich noch in der Marktimpulse zusammen mit der Firma Hauptner, also die Firma von meinen Eltern. Da gab es einen schönen Beitrag, den könnt ihr auch im Internet nachlesen. Ich verlinke euch mal die ganzen Beiträge und auch das lohnt sich das Video unten in der Videobeschreibung. Wir haben mein Jahresziel von 2021 geknackt. Ich habe mir am Anfang des Jahres, also auch jetzt am 1. Januar 2021, habe ich mir, ja wie nennt man das, ein Ziel vorgegeben, was ich schaffen möchte mit YouTube, was ich erreichen möchte im Laufe des Jahres. Und mein Ziel war 17.000 Abonnenten zu erreichen und eine Million Kanalfluss. Ich glaube die eine Million Kanalfluss, die haben wir schon Mitte des Jahres erreicht. Und die 17.000 Abonnenten gingen auch ziemlich schnell nach dem Lundsicht das Video und nach den vielen Videos, die gut aufgerufen wurden von euch. Da möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Wir haben jetzt mittlerweile fast 22.000 Abonnenten und ich bin gespannt, was nächstes möglich ist. Ich werde aber in diesem Video auch noch Ziele für 2022 festlegen. Ich möchte mich einfach allgemein bedanken bei euch, dass ihr mich so zahlreich unterstützt habt. Egal ob es mit Abonnenten war, mit Daumen nach oben, mit Kommentaren. Manche sehe ich in den Kommentaren öfters wieder beim Kommentieren. Und ich möchte einfach Danke an euch alle sagen für die Unterstützung im Jahr 2021. Das hat mich sehr gefreut und hat mich auch wirklich sehr, sehr weitergebracht auf YouTube-Sicht jetzt sozusagen. Außerdem möchte ich mich noch bei meinen Eltern bedanken, die mir das natürlich auch mit ermöglichen, dass ich so viel Zeit und auch die Materialien zur Verfügung gestellt bekomme teilweise, um meine Videos zu machen und auch auf den Baustellen teilweise mitfilmen kann. Und dann möchte ich mich noch bedanken bei meinen Partnern wie Kip Tape, die mittlerweile langfristiger Partner sind. Vor allem jetzt im Jahr 2021 haben wir viele Videos zusammen gemacht. Sorry. Dann Jägerlacke war ein sehr guter Partner. Mit denen habe ich auch viele Videos gemacht 2021. Danke an euch. Und Wagner Handwerk haben wir bis jetzt ein Video gemacht. Aber es werden 2022 mehrere Videos folgen. Und natürlich gibt es noch viele weitere Leute, bei denen ich mich bedanken möchte. Ich habe aber jetzt nicht so viel Videomenge, um mich bei allen zu bedanken. Aber sicherlich wisst ihr, wenn ihr angesprochen seid. Also fühlt euch einfach angesprochen. Danke. Ja, was sind meine Ziele 2022? Was will ich erreichen mit meinem YouTube-Kanal? Und zwar möchte ich gerne, ich weiß, es ist ein sehr hochgestochenes Ziel, aber 50.000 Abonnenten erreichen nächstes Jahr. Und wir haben aber sehr viele coole Projekte, in denen es eventuell möglich sein wird, 50.000 Abonnenten nächstes Jahr zu erreichen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich nächstes Jahr auch weiterhin unterstützen wollt. Und wir das dann schaffen am Ende des Jahres und nicht wieder hier sitzen kann, nächstes Jahr am 31. Dezember 2022 und euch berichten kann, dass wir es geschafft haben. Es wäre sehr, sehr cool. Und es werden vielleicht auch noch coole Sachen auf mich zukommen, in Form von eigenen Produkten, eigener Arbeitsbekleidung. Ich weiß noch nicht genau, ich kann euch da nicht zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall irgendwas kommen, was sehr, sehr cool sein wird, auch für euch als Community. Nicht nur zum Anschauen, sondern auch, ich weiß noch nicht, zum Verarbeiten, zum Anziehen. Irgendwas cooles wird auf jeden Fall kommen. Wir haben dieses Jahr außerdem einen Spenden-Livestream gemacht mit dem Gipser Felix. Und wir haben da circa 120 bis 130 Euro eingenommen an Spenden. Und das Ganze möchte ich jetzt einfach mal spenden, weil es sonst in Vergessenheit gerät. Und zwar spenden wir zusammen mit dem Gipser Felix 150 Euro an das Tierheim in Neumarkt. Und ja, einfach danke, dass ihr so zahlreiche Spenden gesammelt habt. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir 150 Euro zusammengekommen, aber es ist eine coole Spende jetzt. Es war nicht eine Riesenspende, aber es ist zusammen mit der Community entstanden und deswegen spenden wir das jetzt. So, wir haben jetzt Katzen- und Hundefutter gemischt, Trocken- und Nassfutter für 150 und 48 Cent. Ja, es ist eine ziemliche Punktlandung, würde ich sagen. Wir bringen das Ganze jetzt zum Tierheim. So, auch was für den Spaß dann da hinten durch den Gipsgerät da stehen lassen. Vielen Dank. Ja, da ist jetzt, ich wusste es nicht genau, ob es braucht, aber es ist jetzt so ein Trocken- und Nassfutter für die Kassen und noch ein Trocken- und Nassfutter für die Kassen. Können wir alles immer verbrauchen. Ja, doch. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen guten Wurzeln. Ihnen auch, vielen Dank. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Tschüss, danke. Sie haben sich jetzt gefreut. Danke nochmal für die Spenden. Jetzt auch an die richtigen Leute gekommen. Und wir haben was Gutes für die Tiere getan. Vielleicht machen wir es vor, als nächstes Jahr. Einfach nochmal danke für das Jahr 2021. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bleibt gesund und einen guten Rout für das neue Jahr. Euer Kreativ Tobi. Lasst einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal. Und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020